Es ist Zeit für World Underground Wrestling. So Leute, ich bin zurück. Ich bin zurück in einer besseren Form denn je. Bodybuilding kam für mich nicht in Frage, weil es nur ein Topicsport für schwachsinniger ist. Darum bin ich wieder hier bei WOW, um endlich beweisen zu können, wer diese Liga hier regiert. Im März wird Mirko seinen Meister finden. Er mag der bessere Techniker sein. Er mag auch mehr Erfahrung auf der Kampfmatte haben. Ich bleibe meinem Stil treu. Ruhe Gewalt. Ich werde ihm keine Chance lassen. Leute, kommt am 25. März 2018 in den Weberknecht. 1160 Wien. Und seht euch die Hinrichtung von Mirko an. Es ist Zeit für World Underground Wrestling. Es ist Zeit für World Underground Wrestling. Bible questo пок youtube ist auch nie die Nahe overlap hier! Und köarchen eine Prömung vert und schaak зал IV beizt. inhib la этом, dann bei Feigen Александral. Und das ist ist auch nicht. Vielen Dank.